Hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem niegelagelneuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid und heute geht es um das Spiel SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96. Zweite Fußball-Bundesliga der Saison 2021. Der 15. Spieltag endet mit einem 1-2-Auswärtssieg von Hannover. Ja, was ist denn da los? Auswärtssieg. Ich dachte, das wäre ein Fremdwort für uns. Jetzt haben wir schon den 2. Saison, ist ja mega. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut und ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich hier meine eigene Meinung kundur. Das muss nicht immer richtig sein. Vielleicht bewerte ich auch mal was falsch. Ich bewerte Hannover 96, sieht man natürlich auch am Logo. Liebe Darmstädter, ich wünsche euch auf jeden Fall weiter alles Gute in dieser Saison. Nehmt ihr nicht übel, wenn ich mir auf eure Mannschaft nicht so eingehe. Ich kenne eure Mannschaft nicht so wirklich gut. Aber ich kann nur sagen, was mir halt persönlich aufgefallen ist, der Pfeiffer war hinten nicht schlecht. Der hat viele gute Dinge rausgeholt. Und wen ich nicht schlecht fand, war der Platte in der 2. Halbzeit, als er angewechselt wurde für Dursun. Das waren so die Lichtblicke in meinen Augen. In diesem Spiel, aus eurer Sicht, in der ersten Halbzeit wart ihr gnadenlos unterlegen. Also läuferisch, Zweikämpfe, zweite Bälle, lief gar nichts. In der 60. circa, nachdem Dursun zum Beispiel rausgeholt ist und Peik, lief es bei euch auf einmal viel besser. Und dann wurde ich auf einmal richtig gefährlich. Da musste man schon richtig Fußnägel kauen oder so, keine Ahnung. Und ich hatte Angst, dass jeden Moment durch Kempe oder so das 2-2 fällt. Kempe trifft ja ganz gerne mal gegen Hannover. Aber ich komme auch zu der Benotung und der Bewertung von Hannover 96. Das hat natürlich Vorrang bei mir auf meinem Kanal. Und da gehe ich auf die einzelnen Spieler besser ein, weil ich sie natürlich besser kenne. Darmstadt, wie gesagt, ich mag eure Art so, ich finde, ihr habt eine gute Truppe. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute im Verlauf der Saison. Ihr dürft aber noch einmal gerne verlieren und zwar das Rückspiel gegen uns. So, Michael Esser hat auf jeden Fall heute wieder gezeigt, warum er im Tor bei 96 steht. Und ja, er hat auf jeden Fall zwei gute Dinger rausgeholt. Stark gehalten und deswegen gibt es eine 2. Hätte auch eine 1-Kauf-15 sein können, aber manchmal ist dann seine Abspiele oder sein Fußballerisches nicht so gut, dass ich manchmal denke, na, entweder das Spiel war schneller oder irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen gezielter. Soll jetzt kein Meckern sein oder so, sondern so das, was mir aufgefallen ist, woran er noch ein bisschen arbeiten könnte. Und ja, dann kommen wir zu Seymour, ja. Für mich auf jeden Fall eine starke 1. Halbzeit. In der 2. ist er offensiv nicht mehr so aufgefallen wie in der 1. Hat allerdings dann auch damit zu tun, dass Darmstadt gedrückt hat auf einmal. Ich weiß nicht, warum 96 das Spiel auch mal so aus der Hand genommen hat. Hätte man als Trainer vielleicht auch eher wechseln können als in der 90. Aber da haben wir zu, äh, später zu. Auf jeden Fall, äh, eine Mischung aus der 1. und 2. Halbzeit. Aus der 1. würde ich eine 2,5 geben. In der 2. eine 3,5 macht, äh, summa summarum eine 3. Kann man auf jeden Fall mit leben. Timo Hübers hat ein paar Wackler heute drin gehabt. In der 1. Halbzeit auf jeden Fall auch, äh, souveräner. Das trifft eigentlich dasselbe zu wie bei Seymour, ja. In der 2. Halbzeit hat eine oder andere Wackler drin, wo er vielleicht nicht richtig klärt, oder irgendwie ein bisschen zu stürmisch auf den Gegenspieler zugeht und ihn nicht stellt, sondern attackiert. Deswegen eine 3,0 und er wirkte so ein, zwei Mal ein bisschen orientierungslos. Nicht orientierungslos wirkte Marcel Franke. Er hat zwar seine vierte gelbe Karte abgeholt, aber seine Greten und seine Stelzen sind immer mal irgendwo reingehalten. Auf jeden Fall ein super Spiel von ihm. Er hat auf jeden Fall hinten den Laden gut zusammengehalten und seine Kopfballstärke ist auf jeden Fall Gold wert und darum gibt es für mich auch für ihn eine 2,5. Bester Verteidiger heute in der guten 96-Mannschaft, die man eigentlich gänzlich durchweg mit einer 3 benoten könnte, weil, ja, ich sag mal, das eigentlich gerecht wäre. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Smalltalk betreiben und über Einzelspieler ein bisschen sprechen. Sprechen wir über Niklas Huld in der ersten Halbzeit. Auf jeden Fall offensiv mehr involviert. In der zweiten hat er sich mehr zurückhalten müssen, weil er halt defensiv tiefer stehen musste, damit die Darmstädter nicht zu viele Chancen kriegen können. Deswegen von einer 2,5, 3,5 genau dasselbe wie Hübers oder Moroja eine 3. Auf jeden Fall in Ordnung. Dominik Kaiser hätte eigentlich nur 5 verdient für seine Standards, aber nur. Ansonsten hat er auf jeden Fall gut gekämpft, gut geackert, auch mal ein paar gute Bälle gespielt. Seine Note schmälert sich so ein kleines bisschen aufgrund, dieser Standards bezeichnet in der ersten Halbzeit, der Ball, der flach in den Strafraum kommen soll und nicht mal 10 Meter weit rollt und in den Fuß eines Darmstädters landet. Es gibt jemanden, der auf jeden Fall besser Freistöße oder Ecken schießen könnte als Kaiser. Das muss sich heute auf jeden Fall wieder der liebe Herr Kurczak ankreiden lassen. Kaiser soll das nicht mehr machen. Er kann das einfach nicht. Das klappt einfach nicht. Liegt gleich am Ball, an den Schuhen, an den Rasen. Ich weiß es nicht. Jakab Joll bekommt von mir auch in der 3 in der ersten Halbzeit auf jeden Fall Zweikampf stark. Hat auch viel nach vorne gemacht. In der zweiten Halbzeit hat er abgebaut. Gerade was den Ball nach vorne geht, da kann man ruhig mal drauf treten. Oder beziehungsweise vielleicht auch mal hinten rum spielen. Man muss nicht immer blind nach vorne. Das hat so ein bisschen seine Leistung heute ein bisschen schlechter dastehen lassen. Weil mir das dann halt, er hat zwar gut gekämpft, hat auch eine super Grätsche gehabt noch im Strafraum und so weiter. Deswegen eine 3. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte ich ihm vielleicht eine 3,5 gegeben. Weil er gerade viele Bälle dann auch verloren hat. In der ersten Halbzeit hat er das viel, viel besser gemacht. Man kann es diskutieren, ein 2,5, 3 ist auf jeden Fall eine 3 für mich. War auf jeden Fall in Ordnung. Das Offensivspiel muss sich noch ein kleines bisschen verbessern. Aber das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Der Jünger hat das ordentlich gemacht. Kingsley Schindler hätte ich heute eher untergenommen. Das wäre so nach 60 Minuten ungefähr gewesen. Da wo auch Dursohn zum Beispiel oder Peik den Platz war das nahm. Bei Darmstadt, da hätte ich schon reagiert und den Schindler untergenommen. Weil er irgendwo in der zweiten Halbzeit sehr oft die falsche Entscheidung getroffen hat. Das fand ich persönlich dann so ein bisschen mangelnde Fitness, Konzentration nicht da. Und vor allem, es ist komisch, wenn er laufen sollte, hat er geflankt aus dem Halbfeld. Wenn er aus dem Halbfeld flanken hätte sollen, ist er gelaufen oder hat einen Pass gespielt. Also die Entscheidungen waren halt nicht die besten. Und naja, ich sag mal, dass er eine Enttäuschung sie hatte, da auf den kurzen Fass zu gehen, hätte ihn vielleicht auch in die Mitte spielen können, hätte er die Fahrradkette. So schlecht, wie er bei Transfermarkt gemacht wurde heute, fand ich ihn nicht. Das ist nur 3,5. Weil er ab der 60. für mich gefühlt tot war. Kommen wir zum Man of the Match, Marvin Magic Duxch mit dem Zauberfreistoß. Wenn ich überlege, wie wir ein paar Wochen noch über ihn geredet haben und dass das jetzt sich so gedreht hat, so schnell kann Fußball gehen. Ein Zauberfreistoß. Herr Kaiser, gucken Sie sich das mal, wie man das macht. So einen geilen Standard zu schießen. Dann natürlich das 2-0 Super von Genki Ragucci gepresst. Und ja, dann das 2-0 Super abgeschlossen. Eine Chance vergeben, kann mal passieren. Drei Chancen gehabt, zwei gemacht. So muss das sein. Und der Kommentator, ei, ei, ei. Zopfduell und Asia-Meisterschaft und was der alles von sich gegeben hat. Der muss Langeweile gehabt haben bei dem Spiel. Aber das Duell der Neuner, hat er auch noch gesagt, hat er auf jeden Fall gewonnen. Von Durson hat man kaum was gesehen. Denn Dux war auf jeden Fall heute der effektivere Stürmer. Genki Ragucci braucht auf jeden Fall ein Tor. Deswegen gebe ich ihm eine 3,0. Er hat wieder vieles gut gemacht. Und hat immer wieder mal sein Köpfchen oder sein Füßchen irgendwo reingehalten. Und mal irgendwie den Ball in eine andere Richtung zu geben. Und ich glaube, ihm fehlt einfach nur mal eine Butze. Wenn er, glaube ich, mal ein Tor macht, dann kann er schon ganz anders laufen. Dann ist auch dieser Druck gleich mal wieder weg. Dann kommt die Leichtigkeit mehr rein. Ansonsten eine gute Drei. Kann man auf jeden Fall so lassen. Im Forum kam Walmir Soleimani ein bisschen schlechter weg, fand ich ein bisschen zu Unrecht. Weil ich finde, dass er auf der linken Seite ordentlich Druck gemacht hat. Und viele Sachen probiert hat. Auch wenn da mal Fehlpässe dabei waren. Aber er war halt einfach aktiv. Und das ist das, was auf jeden Fall in der ersten Halbzeit uns sehr geholfen hat. In der zweiten Halbzeit hat er das abgebaut. Er ist auch ausgewechselt worden. Ach ja, Weidand kam rein. Da kommen wir gleich zu. Ansonsten nur 3,5 aufgrund der zweiten Halbzeit, wo er halt abgebaut hat. Aber ansonsten gerne wieder. Kann man hier mal bringen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass Kenan Kocak endlich ein bisschen mehr auf Soleimani setzt. Weil seitdem läuft es offensiv auch ein kleines bisschen besser, muss man gestehen. Kommen wir zu Henrik Weidand. Der wurde heute in der 70. Minute für Walmir Soleimani eingewechselt. Und ich muss Sie fragen, also warum steht der 4,0 für 20 Minuten? Eigentlich war es ja 25 wegen unbegründeten 5 Minuten Nachspielzeit. Keine Ahnung, vielleicht hat der Schiedsrichter nebenbei die Ruhe verloren. Ich habe keine Ahnung, was da los war. 1,4,0. Er muss einfach ein Tor machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Er hat eine super 100-prozentige Chance gehabt. Die muss er einfach machen. Und 3 Chancen in 20 Minuten. Naja, viele Bälle verloren. 1,2 gute Aktionen auch dabei gehabt. Aber für jemanden, der von der Bahn kommt, der muss wieder brennen. Da habe ich das Gefühl gehabt. Der hat sich damit abgefunden, dass er reservist ist. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es nicht der Weidand, so wie man ihn vor 2,3 Jahren kannte. Diese Lockerheit fehlt ihm einfach. Naja, vielleicht brauchen wir auch einfach mal wieder eine Butze. Kommen wir zu den nächsten drei Spielern, die eingewechselt worden sind. Ab der 81. bis zur 90. Minute. Florent Moslea hatte zwei gute Aktionen. Zeigt, dass er auf jeden Fall gewillig ist und was er machen wollte. Ochsen war auch ein, zwei Mal am Ball. Beispiel gar nicht. War halt nur über die Zeitbringer. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht warum 96 ab der 60 Minute Totalschaden war. Die waren ja auf einmal gänzlich platt und Darmstadt ja regelrecht eingeladen. Ich würde uns bei Esser bedanken und natürlich auch bei dem einen oder anderen Spieler, der dann halt den höchsten Rot geklärt hat. Was ich nicht verstehen konnte, ist halt der Wechsel von Suleimani links außen zu Weidand. Er hätte ich vielleicht eher muss Liga gebracht. Jemand, der den Ball halten kann. Er wäre da vielleicht besser gewesen. Ja und der Wechsel von Schindler viel zu spät. Da muss man auch sagen, da muss man als Trainer, wenn man merkt, ey, da ist jetzt auch was. Also ich habe das Gefühl sowieso gehabt, da kann jeden Moment das Gegentor fallen. Vielleicht mal Zeit von der Uhr nehmen und jemanden einwechseln. Man hätte ja auch Dux auswechseln können, wäre ja kein Problem gewesen. Also zur 60. als Beispiel. Für Weidand. Aber der dann halt mal so eine Minute von der Uhr runter nimmt, dass man mal kurz verschnaufen kann, sich neu sortieren kann, neue Anweisungen kriegt oder so. Also das hätte man vielleicht noch machen können. Ansonsten war es ein gutes Auswärtsspiel von Hannover 96. Bis zur 60. danach war es der Hannoverische Schwimmverein. Hat mit Fußball kaum noch was zu tun gehabt. Konnte auch ein bisschen besser ausgespielt werden. Eher auf das dritte Tor gehen. Gezielter auf das dritte Tor gehen. Und dann hat man auch nicht so viele Probleme. Ansonsten, liebe Darmstädter, liebe 96-Fans, wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und lasst was Leckeres für mich da. Ciao.